Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Wir sind hier gerade auf verdeckter Ermittlung im Schiff und versuchen den Block zu finden. Ach, den haben sie zugemauert. Geil. Los, lass den Block zerstören. Schnell. Wir haben keinen Block mehr. Wir haben keinen Block. Der ist weg. Kann sein. Der weg ist weg. Der Block ist weg. Und unser Schiff brennt immer noch. Aber wo sind die hin? Also jedenfalls nicht mehr auf dem Boot hier. Warte kurz, ich muss kurz gucken, ob das Gold ist. Scheiße, da ist einer. Scheiße, da ist einer. Scheiße, da ist einer. Verstecken, verstecken! Nein! Hatten mich gesehen! Nein, ich bin tot! Unser Block ist doch da! Hm. Dann ist ihr Block wohl weg, oder? Da ist einer! Von unserer Seite, da ist einer. Ein Boot von unserer Seite sehe ich gerade. Komm, lass wieder hingehen. Unser Boot ist ja noch in Ordnung einigermaßen. Ich muss hoch! Ich will verbrennen! Warum? Ja! Ich bin am Arsch! Was? Ich war ganz unten! Ich versuche nochmal hinzugehen. Ohne alles. Also bei uns ist der Block da. Also muss bei denen den Block auch da sein. Also wir müssten keinen mehr haben. Wir haben ihn nicht gesehen. Oder hast du dann doch gesehen? Ich nicht. Ey, diese Tourette-Postis hier. Ich glaub das nicht. Wenigstens haben wir ihr Schiff schon mal hier. Ach guck mal. Ach guck mal. Da ist ein Roter auf dem Schiff. Bei uns? Nee. Bei dem Blauen. Also bei uns ist ein Typ, also ein Typ von uns ist auf dem feindlichen Schiff. Und der ist gerade was. Und der sucht wahrscheinlich genauso in dem Block wie wir. Finger den aber nicht. Weil er nicht da ist. Der Block ist nicht da. Ey, welche Spaß mir, ey. Kann ich doch hochregen. Der Block ist weg. Scheiße. Bei uns ist so eine scheiß Kante hier. Muss ich mich verstecken? Was? Die sind beide auf einer... Hey, der hat den... Der hat den Roten gar nicht angegriffen. Der hat den Roten nicht angegriffen. Der hat den Roten nicht angegriffen. Der hat den einfach in Ruhe gelassen. Ach nee, doch nicht. Scheiße jetzt. Ja, ich würd den Roten auch in Ruhe lassen. Der fällt nicht auf. Scheiße. Wenn der nicht mich angreift, greif ich nicht ihn an. Nee, der hat den eben angegriffen. Geht doch. Ach, scheiße. Wir brauchen unbedingt... Und diese Spasten hier? Oha! Da müssen wir sein im Schiff. Das ist unser Schiff. Wir sind rot, ne? Was? Wir sind rot. Ja, zum Glück. Wären wir die blauen, hätten wir keinen Block mehr. Das ist jetzt auch Jump'n' One. Ich bin geschult worden und ich muss es schaffen. Aaaaain! Aua. Gut. Uff. Du, wir kommen nicht mehr an unseren Spawnout an, diese... Säcke haben das zugebaut! Wer? Welche Säcke? Ja, die, die hier blieben! Warum haben die das zugebaut? Ich krieg jetzt nicht mehr auf! Hm. Ach, scheiße. Womit... Womit haben sie es denn zugebaut? Ja, mit den Blocken hier. Mit den zwei Blocken da. Ich würde ja gerne kommen, aber ich brenne. Ach, jetzt. Scheiße. Komm ich da irgendwie hoch? Wie bist du denn gekommen? Weiß ich nicht. Hier gab's früher mehr Block als... Das... Das haben sie jetzt extra gemacht. Ach du hast Blöcke. Ach nee, gut. Haben sie doch nicht gemacht. Gut. Das hier... Alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung? Alles in Ordnung hier. Alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Ich musste nur nochmal einen Weg bauen. Wir haben hier alles gut gemacht. Alles in Ordnung. Oh, ich dachte schon, ey. Ich bin jetzt auch hier. Was auf der Schirr zerritten. Ich bin in der Spawnkammer. Hier. Wo bist du? Ich bin... Irgendwo. Auf jeden Fall unter Deck. Also das, was davon übrig geblieben ist. Irgendwie kann ich nicht abbauen. Kann ich mehr abbauen. Was? Du müsstest ziemlich offen hier sein. Ach. Scheiße. Geh mal zu, Körb... Bist du bei den Körbissen in der Nähe? Äh... Da bist du doch. Wo? Hier. Stopp, lass uns sehen. Ach, da bist du. Hallo. Ich komme hier irgendwie nicht hin. Warte, dafür muss ich das hier. Aber das kann ich irgendwie nicht abbauen. Ich muss ab. Ich kann das hier abbauen. Ach, scheiße. Können aber den Leib... Nein. Scheiße, mich. Mach da einen Wacken. Ne, geht nicht. Versuch das da abzubauen und dann komm her. Ich... Ich hole mir gleich ganz viele Blöcke und dann... Ey, ich baue hier was ab und dann lasse ich Wasser zu dir kommen. Ja. Ja. Und das wär schön. Na, ich kann dich abbauen. Ach, das willst du abbauen. Hm. Ja, Pappsituation irgendwie. Wir müssen nur noch einen umbringen und der ist da auf dem Schiff. Aber wir haben doch unser Block. Können wir den nicht irgendwie versuchen umzubringen? Ich kann den jetzt einfach so... Komm schon, den kann ich wenigstens abbauen. Ha. Jetzt kann ich hier rück... Zurück gehen und dann... Kann ich jetzt hier hoch gehen. Ja, voll. So. Kann ich jetzt hier... Geh du denn rüber, mir reicht, ey. Wen sagst du das? Was war da eigentlich? Ne, das will ich nicht. Durch den Leck sehe ich grad, wie sie da kämpfen. Und... Rot, Rot, Rot... Ah, blaue... Ey, Grün hat gewonnen. Cool, wir sind die Skawlands. Ja, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen? Cool. Spiel startet neu. Ja, gut. Dann sind wir jetzt hier fertig gewesen. Was wollen wir jetzt machen? Wir haben kaum noch Zeit. Also ich... Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sind bei mir mal Folgen wieder da oder mal wieder... Nein. Ich komm gleich wieder. Ich muss auch mal ganz kurz gucken, wie viel Zeit ich auch hab. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein bisschen den Server hier vorgestellt. Und das ist Dus MC. Wir haben diese Spiele jetzt schon vorgestellt. Survival Games. Bin ich wieder... So! Jetzt müssen wir uns beilen. Was machen wir? Beast Mode? Ja. Aber da kann ich nicht garantieren, dass alles drin ist. Das ist... Gut, welche Arena? Arena 9? Bifi? Ja, Arena 9. Okay. Okay. So, und jetzt wartet Bifi Avenger, bis noch einer reingeht, dass er dann reingehen kann und auf meiner Seite ist. Ja, ja, ja. Geh mal rein. Hm. Das ist jetzt das erste Mal, dass Bifi Avenger auf unserer... auf der feindlichen Seite ist. Hallo! Jetzt bist du grün. Du musst noch einmal warten und dann... Du musst noch zweimal warten und dann bist du bei Rosi. Einmal! Einmal? Ne, zweimal stimmt. Genau. Du bist raus! Ne. Dann ist jemand anders rausgegangen. Mhm. Jemand wieder drin? Ja. Jetzt ist grün und jetzt kommt gleich... Genau, jetzt musst du rein gehen. Ja! Yes! Yay. Kann ich nicht garantieren, also... Ich glaub, ich mach hier mit dem Video Schluss. Mhm. Und dann... Ja, ich mach hier Schluss. Na ja, dann tschüss! Tschüss! Ja, tschüss an und... An deine Leute. Hoffentlich habt ihr hiermit viel Spaß. Tschüss! Ach ja. So, ich bin aber wohl noch vorbei, aber ich nehm nicht mit auf. Weil... Ja, weil das so ist. Nimmst du doch nicht mal auf? Ne, ich nehm nicht mal auf. Hm. Ja, dann wird das hier auch... Nach diesem Spiel werde ich dann auch aufhören aufzunehmen. Und... Naja. Kann auch sein, dass hier in der Mitte auf einmal rausgehen. Mhm. Naja, und dann... Die weiteren Folgen, also das war jetzt die dritte, glaub ich. Also... Wird die dritte? Hm, ich glaub wir sind Team Rot. Ja, sind wir. Äh, ne, wir sind kein Team Rot. Hier ist kein Rot. Nein! Wie kommst du denn auf Rot? Bist du farbenblind? Da steht die ganze Zeit grün und blau. Ich glaub wir sind grün oder blau. Mhm. Glaub ich auch. Windus! Hey! Die sind hier rausgekommen! Die sind hier rausgekommen! Durchtricks. Durchtricks. Billige Tricks. Oh, die bekämpfen sich jetzt schon! Was für die Scheiße, die bringen aus der Hälfte noch. Naja, kennt ihr gar nicht. Oh, ich kriege die auch so Charme, aber es wird die auch so viel aufgefallen. Das ist total lustig gerade so. Ich hör jetzt auf. Tschüss! Tschüss! Und deine Abonnenten. Tschüss! Ja, gut. So, ich leg den jetzt auch bei Skype auf, ne? Ja, komm, nehm ich hier die letzten Sekunden noch auf, okay? Ja. Naja. Dann sehen wir uns nächste Folgen dann bei Dingsdaumsda wieder. Ja. Tschüss! Dann sagen wir mal, wie viel Mensch hat siehst und dann nehmen wir ihn auch auf. Ja. Dann sammeln wir mal und hier ist wieder unser Stein, den wir nicht zerstören, also den der Feind zerstören muss. Und da hinten ist der feindliche Stein. Gut. Sammeln wir mal. Versuchen wir jedenfalls. Sammeln. So viele stehen hier. Da sieht man auch endlich mal die Spawner, auch. Hatten wir ja letzte Folge auch schon gesehen bei den Schiffen. Also diese Folge jetzt irgendwann. Aber beim letzten Spiel. Ich weiß gar nicht was ich richtig sagen soll. Blocks, PBX, Blocks. Okay. Okay. So. Na dann. So, 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 so. Das ist eben das gleiche Prinzip wie bei, äh, Wash, nur eben in der Art Hölle. Also im Neda. Im Neber. Ach, da ist grad einer runtergefallen. Wie schade. Und hier gibt es eben mehrere Sachen. Mhhh. Oh, das war nur andere. Ah, ja. Alles klar. Naja. Dann, ja. Ich sterbe schon wieder. Dann sag ich hier immer auch Tschüss. Ich weiß das gar nicht. Ich hab aber nicht gar, was geht an denen ich mal hier mit dem Spiel und sonst was. Und dann sag ich jetzt einfach mal Tschüss, ich weiß das gar nicht. tschüss bis zur nächsten folge let's play just mc und dann sehen wir uns nächste folge wahrscheinlich mit elo und mit büffelvenger hier nicht zwar jetzt hier wo ich jetzt gerade stehe aber am sport naja dann tschüss bis zur nächsten folge